Ciao zusammen, das ist der Thomas. Wir sind hier in Wayne, New Jersey, eine Stunde nur von uns. Und das ist live das Einrufen des Jubiläumsjahres. Das ist das Ende des Schmittenjahres, das jetzt ein Jahr lang geruert wurde. Hey! Und jetzt haben wir hier einen Gottesdienst, einen messianisch-jüdischen Gottesdienst, der das, wie im Alten Testament, feiert das Einrufen des Jubiläumsjahres. Absolut cool. Wir sind hier draussen und sind schon verblasen und unter dem freien Himmel. Jetzt ist es gerade ruhig. Seht ihr das? Mega cool. Wir melden uns wieder. Bis bald. Ciao zusammen.